Sein wächtigen Fass, mein Schöpfer, das ist ja alles in den Ärmel. Was hat er mir denn gemacht? Ich soll pissen, aber Quatsch. Ich soll pissen und dann gehen. Okay. Zeig mal genau, was Gott gesagt hat. Hat er sich so angehört? Rico. Hä? Rico, was hat er für eine Stimme? Rico, Gott befiehlt dir. Ja, ruhig zu sein. Rico. Oh, mach mal. Rico. Rico, nico, nico. Rico, was suchst du? Und warum? Ich muss Gott gehen. Rico. Gott ist immer bei. Nichts. Rico, Gott befiehlt dir jetzt zu Steffi zu gehen, dir einen Kuss zu geben. Gebt ihr einen Kuss? hallo dr mir